Ist unbegreiflich, sagt mein Mann. Marlin hat ein Teenie Nacken, ein leichter, hart Teenie Nacken. Ich habe die große Drache 83. Wie findest du? 43. Marl, du bist dir ein bisschen vorig. 43. 43. 44. 45. 45. 45. 45. 45. 46. 46. 48. 46. 50. Allein, sagt mein Mann, das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein. Eine Stunde lang hast du nichts getroffen. Ich muss das Katzenklo machen. Ich habe gar keine Lust. Wie meint das Katzenklo? Das heißt, die Schraubflasche bleibt hier unten. Oh mein Gott, ich fällde dich um. 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 Ich bin hier für Spaß, also keine Druck auf mich. Ich fällde dich um. Oh mein Gott, ich fällde dich um. Oh mein Gott, ich fällde dich um. All I need is short-term devotion. Ich fällde dich um. 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 Oh mein Gott. Ich fällde dich um. Warum müssen wir ein bisschen was machen? Weil heute so ein bisschen faulenzer Haushaltstag war. Der auch noch nicht so zu 100% fertig ist wegen dem Katzenstreuen und sowas. Aber das krieg ich morgen schon alles hin. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, ihr Lieben, Ah, Marius habe ich jetzt hier gerade hingelegt, der liegt vor mir in seinem Bett. Ja, morgen müssen wir ein bisschen was machen, weil heute so ein bisschen faulenzer Haushaltstag war, der auch noch nicht so zu 100% fertig ist wegen dem Katzenstreuen und sowas, aber das kriege ich morgen schon alles hin. Das ist wieder von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Lauter? Alexa, lauter. Alexa, lauter. Gute Nacht.